weil sie Frieden als auch friedlich gestellt ist auch der Hexen sind ja ach ja nämlich als Schweine Alter wie sehen die bei mir aus komisch das sieht was er das schwein die siehe nicht so geht ziemlich cool krebs nur gruselig aber Alter wie viele bitte noch spawnen lassen da nicht wie die alle kennen das ist lustig was hat sich das ist richtig witzig nein Alter guck wie witzig das ist das ist gar nicht die Leute laufen jetzt rum guck mal wie die versuchen zu flüchten aber es nicht schaffen weil ich vorher da sind wenn es sie liegen haufenweise von Schnitzel ungebraten Schweine Schnitzel das muss man sagen ungebratene Schweine Schnitzel das muss man auch dazu sagen schon Ah kleine Babys Töte sie habe ich gut Na las ich ein Hunsborn einfach nur weil ich kann hab ich schon einfach nur weil ich kann Nein Oh doch doch ja und das Huhn es ist ein Korn die Titel Nein ich werde ich mit Eiern auch das war auch mhm krieg die Saat deines eigenen ins Maul René du bist schlecht Halt's Maul Halt's Maul Leck mich René du kannst ja überspringen ne Nein dann bist du ein totaler Vollnup wenn du sie überspringst Halt doch jetzt einfach die Schnauze dann machen wir hier ein Schild hin und schreiben Nomea Plan hat dies nicht geschafft diese Challenge hat er nicht geschafft genau so sind so schön ich will schon mal das Schild raus René ich wollte ja echt ein Schild ey oh es lebt mal noch Tiere ich bin Goldblocker das ist schlecht Nein Mann ich gehe nicht weg ohne das zu schaffen du kannst aber lange warten mhm es lebt hier noch irgendwas noch ich bin Level 75 war aber schön ich nicht ne den Diamanten muss ich aber halten nein nein die Tür ist gerade ausgesucht ja was das ist daran so witzig keine Ahnung willst du die wirklich nicht überspringen nein das ist so saulangweilig du kannst doch einfach sagen sie sammeln die doch nicht ein ah die hier auf dem Boden liegen ja die Kanzlei Prozent 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 und ein zu gehen Prozent Prozent wenn ich es sich hat wieder aufgegangen Prozent die Falle alle und Prozent Scheiße was so nah dran die zieht sich an einen Rand Sonder Nein Mann mhm BAM 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 zumal es ist auch schon öfters ich habe den Level 80 hat er in Schaden geht ich bin jetzt auch die Erfahrung er den Köln 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 in der Fee um er geht es nach als egal in gar nicht gehen er hat sich die Bühne also nichts geht nichts geht zu tun Klang gell Das kann ziemlich gell Läuft heute irgendwas Gutes im Fernsehen? Boah Heiß ich nicht Heut kommt äh Ne, das kommt erst nächste Woche Keine Ahnung Heut kommt bestimmt was Gutes Und wir wissen es noch nicht Boah Ah René Ja Willst du wirklich nicht aufgeben? Nein Bitte Ist dir ganz sicher Nein Das würde hier Viel Weiterhelfen Nein, das mache ich allein, weil du das Schild an dahin stellen wirst Ach ja, ich will das Schild mal raus, ne? Hast du gerade schon? Ja, weil ich hab' wieder weggetan Weil es wäre so fällig Alter Ja Oh, René, bist du scheiße Ich bin dich gerade so schnell, so weit gesprungen Ja, weil du schlecht bist Mann Mann Ja, ist doch so Oh, ich hasse den Boah, der Fallschaden Guck, Passi bringt sich da und im Wasser schon um So kann das nicht Dringen Ja, solltest du machen, René Es ist schon wieder Nacht, ey Ey, du brauchst den ganzen Tag Das ist jetzt nichts besonderes Ach, es ist doch nicht Nacht Bist du, René, was hast du hier gesehen, ey? Nein! Man hört jetzt mal mega das Klicken Ja, ich umshandle gerade meine Maus Oh, René, gib einfach bitte auf Nein! Aber wir wollen auch weiterkommen Bist du selber schon mit deinem Scheißschild? Ja, ich mach das Schild auch nicht dran Ich kenn nicht, das machst du eh! Nein Und wenn er es nicht macht, mach ich es Wieso sollte ich das dran machen? Also Es hast du auch gerade Passi gehört, oder? Guck, René, ich hab schon das Schild in der Hand Oh, ich geb dir auch nen Diamanten Nein Der bei diesem Texturepack ziemlich scheiße aussieht Oh! Warte, ne, ich geb dir keine Hilfestellung Ich hätt nämlich gesagt, die Ich hätt nämlich dann gesagt, die ganz ruhig zu dem zu der Tür, ich drück einfach ganz halt auf den Knopf Alter, warum sprich da drüber? Muss man da echt anhalten? Ne, du musst direkt Schifte rücken, wenn du bei dem dritten gesprungen bist, da musst du direkt Schifte rücken So, das steht, musst du dir jetzt einfach durchlesen, René Nein Äh, Omega Planner ist ne Pussy Das hat keinen Sinn Hey Doch, du bist ne Muschiera, René Das hat aber keinen Sinn Doch, du bist einfach ne Muschiera, das ist einfach ne Tatsache Ne Pussy Doch, das ist ne Tatsache Ich bin mehr, mehr und Pussy als du Was willst du? Wenigst hab ich es ja geschafft hier Das hat nicht mit Pussyhaftigkeit zu tun Ich weiß aber mit Schlechtsein und sowas Ach Ne, es gibt Challenges, die ich nicht kann und Challenges, die du nicht kannst, also Ich konnte bisher alle, ich hab bisher alle geschafft Ja Und du hast die noch nicht geschafft Wow Also Bin Eis drauf Also konnte ich jetzt grad deine Tatsache zerstören Sauber, René Hast du stören? Flo, Argument, das lernen wir sogar gerade im deutschen Tarif Das ist kein Argument, was ich gegeben hab So, vor der Tür Vor der Tür, da musst du vorbeikommen Ich hab nur nichts Ich hab die Tatsache gesagt, dass ich alles geschafft hab Und du das ja noch nicht Das ist ne Tatsache Ja Das ist kein Argument Weil das ne Tatsache Nein, meines, du Idiot Ey, René, du musst hier drauf springen, ne? Guter Tipp von mir Hier auf dieses Stange Ja, mach halt einfach deine Schnauze Dann kannst du es auch schaffen Pfff, wenn ich dir keine Tipps geben darf Boah Boah, René, bitte gib auf Nein Du bist so Alter, was ist das für ne Scheiß, wenn du sagst Gebau Ja, was, du brauchst voll lange Du bist schlecht, du schaffst das nie Guck, du schaffst aber jetzt den ersten Sprung Was ist das? Was ist das? Das ist einfach nur schlecht, das ist keine Leistung Das ist einfach nur dreckig und scheiße und Was weiß ich Habt ihr schon mal einen Stahlträger gesehen? Ja Habt ihr auch schon mal gesehen diese, ähm Ja, das muss jetzt sein, das muss jetzt sein, das hat noch gefehlt Ja, was denn, wenn du so schlecht bist Diese großen Balken, die die da immer tragen, nur was man die nennt Stahlträger Nein, Brammen Ja, toll Jetzt ist Brammen, ja, also Mann Nein, die heißt wirklich Brammen Das ist nicht mehr witzig, René Das ist nicht mehr witzig, René Das ist nicht mehr witzig, René Nein Boah, bist du schlecht, ey Halt doch einfach die Schnauze, okay? Ich hoffe das doch einfach, okay? Dann hält ich ja heute den Stahlträger Ja, kann ich nicht, weil ich jetzt geblendet bin Geblendet? Ja Du weißt, du siehst mehr? Ja Wieso ein Ding, ein Kack-Pügelchen, die du da machst Oh, sorry, tu echt leid Boah, Party ist das einfallsreich Ja, uns fällt nichts ein, was sollen wir machen? Auch, damit sich das besser schaffen kann Du langweilst uns mit deinen Loser-Schüttern Na, boah! Die Leistung, die du hier bringst, ist echt nicht total Ich soll euch das schaffen, wenn ich die ganze Zeit gebe Hier davon gestört werde Deine Leistung ist nicht halbgut Hättest du schon vorher mal was Gutes gemacht, dann würde ich sagen Oh, nee, das ist echt viele Kügelchen drin Boah, ey Ja, wie soll ich das denn so noch schaffen? Zeig-Skill Ja, mach du das doch mal mit schlusslichen Kügelchen Ne, ich hab's ja schon so geschafft Das ist da so ne Motivation, die Kugeln Ne, das leckt dadurch Oh nein Und ich kann nicht sehen Ja, okay, passiv, wir hören auf, wir sollen die Kugeln mal ein Oh, kacke Die Kalea gar nicht Oh, passiv Oh, passiv Ey, jetzt hör auf! Passiv, hör auf! Ich weiß auch gar nicht, wo ich hinwerfe Ich will auch beweisen, dass das schaffen kann Jetzt hör auf, man! Passiv! Ich mach doch gar nichts Ich mach doch gar nichts Was war das denn? Ich hab passiv nach, ey Ja, der hat aber nicht so geredet Also, nee, du musst nur drei Wörter sagen Ich Gebe Und auf Das musst du nur sagen Nein Dann sind alle hier zufrieden Ja Na, Pasi, welches Level bist du jetzt? Matja? Nein! Gieß du mir auf den Sack? Ich dachte, die Schnauze Schaff es doch einfach 90 Ich hab jetzt eigentlich gedacht, dass du 100 wärst Weil du gerade sagtest, du wärst Level 80 Ab Level 80 geht das nicht mehr zu schnell Alter Warum machst du das jetzt noch weiter, Pasi? Ich will Level 100 werden Und ich mach das da, wo du sowieso jetzt erstmal nicht hinkommst in der Schnelle So, du stehst auf vollem Weg Ja, ich hab da nur ein wichtiges Schildchen gemacht Jetzt schon mal Zur, da, um deine Motivation zu heben Mega-Klan hat, 0-G Ach Gott, René Mann Du machst uns fällig Wenn ich 0-Skill hätte, dann wär ich nicht mal hier Ja, aber wenn du Skill hättest, dann hättest du es auch schon Dann hat Jomega-Planer halt 5 Skill 0,5 Von, ganz ehrlich Von 100 Die ersten Aufgaben war nicht besonders schwer Ja, da braucht man echt keinen Skill Da brauchst du nur ein bisschen Ach, aber warum lecker hat hier? Du wissen wir nicht Ne, wie viele Küche habt ihr da gemacht? Ich hab die Idee, ich will Ja, ist zu spät Nein, nein, wir machen hier keine Küche rein, passen wir machen Hühner rein, ne? Nein, keine Hühner, wir sind doch nicht altmodell Die liegen hier noch alle bei mir Bei mir auch Oh, was ich hätte, passen Hör auf, hör auf, hör auf nachzuschmeißen Du dummeridios Was? Oh, kacke Will auch welche abhaben Ja, dann bleib einfach stehen, du Christ schon welche René, wenn du fällig bist, sag uns Bescheid Der stellt sich gerade auch vor mir Oder in mich, was weiß ich Okay Auge Augenkrebs Ja, oh, oh, ja, oh Alter Nein Gott Du bist jetzt echt zu dumm, um das Loch zu treffen Ja Geh weg, ich will Geh weg da Nein, keine Kühe Doch, Kühe sind geil Nein, die landen vielleicht auch unten und dann verhindern die Wie soll die denn unten landen? Äh, wenn die hier runterfallen Oh Das habe ich jetzt nicht mitbedacht Das war echt keine kluge Idee Ja, ich kümmere mich ja schon drohen Oh Ich bin durch! Ach du Scheiße Nicht töten!